Ich hoffe, mein Bier schmeckt erst mal. Außer Bado Dachner geht wieder. Dachner geht wieder. Ja! Daniel! Jaaaa! 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 Was denn? Jawoll! Drei-stellig! Super-Bolle! Das ist doch kein Elfer! Jaaaa! Der schießt! Der schießt! Der verschießt! Der Andau kann nichts werden! Jaaaa! 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 Haben wir nicht alle Blöcke ausgemacht? Na okay! Ist ja auch ordentlich! Das war gut Stimme! Habt gar nicht gedacht! Ich wollte eine schöne Finte machen, aber hat gemerkt! Die Finte hat er ja gemacht, den Ball hat er ein bisschen vergessen! Das ist so ein richtiger Kreis. Heeeeeee! Heeeee! Ey, jammer schon wieder! Ey, jammer schon wieder! Und rollt es recht gut! Aber wie toll er mal! Oh! Rechst mit Blöde und F! Ach kromm! Roll die noch dreimal rum! Komm mal! 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 Oh! Jawoll! 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 Schieß! 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 Wenn es ihm beim Pokerakspieler macht, wo auch er so voll war, da hat er unter dem Banner Der lag schon unter dem Baller. Aus zu Benni! Der muss doch drin sein! Welche Joni, irgendwelche... Das war 2 zu 1 von der SV 7 und die Torschütze mit der Nummer 14. Wahrscheinlich Brot und Elfmeter gegeben, aber wer besser als gleich? Ich spiele später. Elfmeter, den schießt er dann so wie der Letzte von denen. Ja. Zunächst hat er dann eine Spende rein. Der ist am ersten Spiel, der vielleicht übergreifen, ja. Bitte? Ja! 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 Das ist der Sieg! 5 zu 1 gewinnt der SV Siegmollenteam!